Nicht ein Hit, okay, okay, komm her, komm her Vader, wo willst du hin, wo willst du hin, oh Gott, der hat einen Freund. Was geht ab, meine Freunde, YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Fortnite. Die letzten Fortnite-Videos kamen ziemlich gut bei euch an und da habe ich gedacht, komm, wir gucken uns das noch ein bisschen mehr an. Ich habe aktuell richtig Bock auf Fortnite, vielleicht schaffe ich ja noch ein oder andere, das eine oder andere Gameplay. Okay, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpasst, vergesst nicht, ich bin wahrscheinlich einer der größten Noobs überhaupt in Fortnite. Unsere oder meine dritte oder vierte Runde jetzt seit vier Jahren, also seid nicht zu harsch zu mir. Okay, wir gönnen uns hier einen Platz, unser Kollege hat es tatsächlich geschafft, einen Platz auszuwählen. Das ist hier so eine Art Tankstelle, würde ich sagen und dann gönnen wir uns das einfach mal, gucken mal, was hier so geht. Ob wir da großartig viel reinballern können und so. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen anderen Skin. Der sah ein bisschen, sah auch ein bisschen nice aus, das ist ein älterer Skin. Aber ich fand, der sah, der sah nice aus, sah nice aus. Auf jeden Fall, einfach kann man sich, kann, kann man sich mal gönnen. So, direkt Steps gehört. Einfach mal abballern hier. Ja, tot. Weg mit dir. Easy peasy. Erster Kill geholt. Das macht unser Kollege da hinten. Was macht der da? Ich mache mal hier so eine Gun, so eine Flare Gun. What the fuck? Ah, deck die auf? Das ist ja nice. Das ist ja nice. So, was macht der hier? Der guckt sich die Telefonzelle an. Sieht die auch so ein bisschen aus wie Morpheus. Na komm, setzen wir uns neben den und gucken uns die auch an. So. Nice. Easy. Okay, unser Kollege scheint da irgendwelche Probleme zu haben. Wir gucken uns das mal an. Der steht nämlich schon wieder einfach nur geistesabwesend. Okay, jetzt ist er auch gelieft. Jetzt ist er auch weg. Scheint wohl irgendwelche Internetprobleme zu haben. Das heißt, ich werde wohl auf mich alleine gestellt sein. Nice. Duo Solo. Hm. War jetzt nicht die Challenge, die ich mir eigentlich setzen wollte. Aber naja, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Gönnen wir uns. Äh. Dann werde ich wohl ein bisschen defensiver spielen. Guck mal, Wildschwein. Yay. Waldemar Wildschwein. Oder Wilma. Wilma Wildschwein. Unser Wilma. Wir reiten auf Wilma jetzt in den Wind. In den Westen. In den Westen. Okay, ich habe einen Gegner gesehen. Nehmen wir einfach den Sniper. Wir haben einen Schuss. Und der geht daneben. Scheiße. Shit, 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 shit. Und der hat direkt Wilma gesehen. Mal, hör auf, auf Wilma zu schießen, du Penner. Na, komm. Nehme ich lieber Reiß aus. Wer weiß, wo der Kollege ist. Ich habe ein paar Steps gehört. Hört ihr das? Hört sich auch nach einem Wildschwein an. Wilma läuft hier auch noch rum. Die Zone kommt aber halt. Ich muss da irgendwie mal langsam raus. Komm mal. Da ist er. Da ist er. Schießen wir mal auf den, damit er so ein bisschen einkackt und vielleicht doch tatsächlich ein bisschen weiter weg rennt. Boot Action. Wuhu. Rein da. Oh, damit kann man auch schießen. What the fuck? Was man heutzutage alles machen kann. Als ich das letzte Mal gespielt habe, da kam glaube ich das erste, das Go-Kart oder was das war. Das, 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 äh. Golf-Kart. Das kam da gerade raus. Mittlerweile gibt es halt so viele unterschiedliche Sachen. So krass. Ich habe absolut keine Ahnung, was abgeht. Ah! Okay, Schüsse. Junge. Halt's den Maul, ey. Ja, genau. Hab keine Decke und schieß einfach nur doof auf mich. Wolf greift die noch an. Ja, ja. Den, den kriegen wir easy. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kollege... Okay, jetzt greift mich der Wolf an. Erst er, dann der Wolf. Erst er, dann der Wolf. Oh. Ja, easy. Okay. Temple Run. Hit. Ah, nein, nein. Ah. Oh mein Gott. Okay. Hab mich gekillt. Äh, gehen wir in die nächste Runde rein. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt wieder einen Kollegen. Ich hoffe tatsächlich, dass der wirklich auch bleibt. Ich würde gerne einfach mal eine Runde durchziehen, ohne große Probleme zu kriegen. Das wäre gar nicht so schlecht. Meiner Meinung nach. Ob das jetzt im Endeffekt so sein wird, mal gucken. In letzter Zeit hatten wir immer irgendwie Probleme. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, müsst ihr die auf jeden Fall angucken. Da hatte ich den ein oder anderen Ausraster. Alter, das sieht so geil aus. Übrigens, äh, um euch das mal kurz zu sagen. Ich hab niemanden gesehen und mein Typ ist tatsächlich wieder gelieft. Es ist unglaublich. Zwei Runden nacheinander, dass ich solo in die Duo-Cube rein muss. Das ist doch kacke. Das ist doch einfach nur kacke. Naja, wir gönnen uns das jetzt auf jeden Fall mal. Und gucken mal, was hier so abgeht. Ähm, ich finde übrigens, dass das cinematisch wirklich immer schöner wird. Das Game. Dann fehlen wir hier zumindest mal ein paar Wölfe. Die droppen Fleisch. Okay. Interessant. Wir reiten auf unseren Wilma. Wilma Wildschwein. Neues Wilma. Äh, zum Drop. Ich weiß, ich muss defensiv spielen. Aber. Oh Gott, da kommt halt auch nur Kacke raus. Die Waffe finde ich echt nicht geil. Was ist das denn? Heilnebel. Okay. Okay. Wir halten uns jetzt erstmal hier raus. Hier sind ein paar Schüsse. Und Autos. Gucken, ob wir hier zumindest irgendjemanden uns gönnen können. Ich hab bis jetzt keinen Kill. Das ist so nervig. So was von nervig. Ich würde zumindest gerne mit einem Kill abschließen. Aber. Ist ja tatsächlich nicht immer so unbedingt gegeben. Oh, guck mal. So, der einen Headshot. Den zweiten Headshot. Einfach mal ein bisschen snacken hier. Ein bisschen snacken. Die schießen da aber auf. Ich glaube, das sind NPCs. Auf die, die schießen. Guck mal. Den können wir da weg snipen. Vielleicht, wenn ich treffe. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nice. Okay. Niedergestreckt ja. Gekillt noch nicht. Müssen wir gucken. Ich glaube, aber der kriecht gerade dahinter die. Ja, ja. Der wird den hochholen. Mist. Ich will jetzt aber auch nicht. Ah. Da sind schon wieder Schüsse. Ich glaube, die schießen schon wieder gegen. Gegen die NPCs. Bin mir aber da nicht so ganz sicher. Wir wollen mal ein bisschen lurken. Oh. Aus der anderen Richtung kommen aber auch Schüsse. Und auf mich. Was zum Teufel. Ich bin fast tot. Okay. Okay. Wir setzen den Sprinkler am besten hier ein. Ich habe jetzt die Tür extra offen gelassen, damit ich mich vielleicht dahinter verstecken kann. Müssen wir noch versuchen, uns zu healen. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Sechs Sekunden. Ja. Der kommt schon rein. Was ist das? Vader. Okay. Hebt. Noch ein Hit. Nicht ein Hit. Okay. Okay. Komm her. Komm her, Vader. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Oh Gott, der hat einen Freund, der hat einen Freund. Oh nein, 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 nein. Nachladen und sterben. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ich hatte ultra hart Pech. Es ist die zweite Runde in Folge, wo ich alleine ins Duo-Cue muss. Und dafür fand ich jetzt gar nicht, dass ich mich so schlecht geschlagen habe. Ich bin halt einfach der größte Fortnite-Noob, den ich persönlich kenne. Und ja. Wenn ihr wollt, dass ich trotzdem noch weitere Folgen bringe, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis dann. Und ja. Ciao.